Lieber Volker Quaschening, wir müssen reden. Vor einigen Wochen haben Sie ein Video herausgebracht, in dem Sie der AfD versuchen zu erklären, warum Klimaschutz auch für Rechtsradikale, Nazis und Fremdenfeinde ein Top-Thema, vielleicht das Top-Thema sein sollte, weil man damit ja auch dafür sorgen kann, dass weniger Geflüchtete und Migrantinnen und Migranten nach Europa und Deutschland kommen. Und das hat einige Leute in der Bewegung für Klimagerechtigkeit ein bisschen irritiert. Und deswegen machen wir von der RLS jetzt mal ein kleines Video, um ein oder zwei Sachen zu erklären. Die erste Sache, die wir erklären wollen, by the way, niemand unterstellt, dass Sie jemand sind, der wirklich rechten Klimaschutz betreiben will. Aber Sie sind halt nicht der Erste, der die Idee hatte, Rechtsradikalismus und Klimaschutz zusammenzutun. Die politische Position gibt es schon. Sie mag noch nicht mehrheitsfähig im rechten Feld sein, aber grüner Nationalismus und Ökofaschismus ist genau das, was man in Manifesten von so durchgeknallten Rechtsterroristen wie Anders Breivik, dem El Paso und dem Christchurch-Router findet. Andere Geschichte ist die Reaktion der jungen Alternative auf die Europawahl. Als die nämlich merkten, dass ganz viele junge Leute wegen Klimaschutz die Grünen wählen, haben die ihre Parteizentrale angerufen und haben gesagt, Leute, wir müssen mal mehr über Klimaschutz reden, unter anderem auch, weil man damit gut das Heraushalten von Geflüchteten und das Erhöhen von Grenzen im Mittelmeer begründen kann. Also es gibt diese Position schon. Und darüber jetzt so zu reden, wie Sie das tun, ohne dass Sie das wollen, legitimiert eine völlig inakzeptable politische Position, nämlich dass Klimaschutz nicht dafür da ist, mehr Gerechtigkeit in der Welt zu schaffen, sondern dafür da ist, höhere Grenzen in der Welt zu schaffen. Und ich glaube, dass der Grund, warum Sie diese Intervention gemacht haben, eine weit verbreitete Fehlannahme ist, nämlich dass Klimaschutz in irgendeiner Form un- oder präpolitisch ist, dass einfach die Welt aus Klimaleugern und Klimaschützern besteht. Und dass man die Leute so einteilen kann. Aber das stimmt eben nicht. Klar, es gibt Klimaleugner. Aber Klimaschutz heißt Gesellschaftstransformation. Um das Klima zu schützen, müssen wir unsere Gesellschaft fundamental transformieren. Und Gesellschaftstransformation ist ja wohl die politischste aller Fragen. Das heißt, es gibt nur politischen Klimaschutz. Und in den letzten Jahren haben sich einfach drei Projekte herausgestellt. Grüne Kapitalisten, die wollen Klimaschutz mit höheren Profiten verbinden. Grüne Nationalisten, die wollen Klimaschutz mit höheren Grenzen verbinden. Und die Klimagerechtigkeitsbewegung, die will Klimaschutz mit mehr Gerechtigkeit verbinden. Und das heißt einfach, Klimaschutz ist nicht unpolitisch. Man muss sich entscheiden, mit wem man das Klima schützt. Und wir hier sagen, es muss eine progressive gesellschaftliche Koalition sein, die das Klima schützt. Nennen wir sie mal, unteilbar for future. Dann kann man das Klima schützen und mehr Gerechtigkeit produzieren. Mit Nazis kann man das nicht machen. Weil Nazis sind immer scheiße. Auch beim Klimaschutz. Danke.